Who is that Pokemon? It's no way for you! Was ist immer denn hier gerade? Wir sind Rang 49. Agurin kriegt minus 47. Was? Alter, ich will nicht wissen, wie viel Minus ich dann bekomme. Ist diese Anzeige, wie gut man gespielt hat, verlässlich? Also kann ich daran sehen, wie gut ich war? Nö. Jungle 100% Winrate. Ey, die Winrate stand oben. Die 100% bezieht sich, wie oft ich meine Rolle bekommen habe. Was? Nein? Okay, er hat einmal minus 37 bekommen und dann noch minus 10 für ein Dodge. Okay. Und das sind dann die minus 47. Verstanden. Lass uns das mal anschauen bei ihm auf UGG. Die zeigen ja die LP-Games an. Äh, Bintmann Kasadin noch? Wahrscheinlich, ne? So, Challenger. Solo-Q. Zack, zack, zack. Äh. Das ist schon krass. Der kriegt plus 18 und minus 30. Boah, unnormal, ey. Oh, ho, 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 ho. Minus 36. Ui, 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 ui. Das sieht sehr rough aus da unten, muss ich sagen. Aurelion wird gar nicht gebannt in der Elona. Das heißt, halten den die Leute gar nicht für broken. Der war jetzt jedes Game offen, Aurelion. Aurelion war ein Game vor zwei KLP und hat es leider verloren. Da ist es bitter für ihn. Er kann sich ja die Chance sehr schnell wieder erspielen. Oder nicht? Ich meine, für jeden Loose muss er drei gewinnen. Das soll ja wohl drin sein für ihn. Stell dich nicht so an, mein Junge. Ja, das ist eine Ori. Ich glaube, Ori ist richtig gut gerade. Das Game mit der hat sich auch sehr, sehr gut angefühlt. Pick AP mit, I'm Tank. Ja, was funktioniert denn gegen Ori? Ich glaube, Aurelion ist nicht gut gegen die, oder? Korki? Ich weiß nicht, was gegen Ori funktionieren kann. Vielleicht Kragas? Moment. Ja, Korki aus. Aurelion ist ganz schön hartstuck, sagst du? Ja, Aurelion ist ganz schön hartstuck. Ja, er ist wirklich ganz schön hartstuck. Ich muss hier ganz kurz schreiben. Jetzt kommen die anstrengenden. Jetzt sind wir mal full try-hard, Leute, okay? Full try-hard will ich jetzt sehen. Konnte gestern nicht so viel zuschauen. Kannst du heute noch mal Support spielen? Ich meine, das lief ganz okay, Support. Es lief ganz gut. Okay, das sind praktisch dieselben Leute, die wir gerade auf dem anderen Account haben. I love Uber Eats ist doch bestimmt Zanzerat, oder wie er heißt. Also der Jungler von Eintracht, weil die sind doch von denen gesponsert. Yuumi kann nicht mehr heilen. Was ist das denn? Achso, die Yuumi-Challenges wollte ich mir immer noch angucken. Machen wir nach dem Game. Erinnert mich bitte dran. Nach dem Game schauen wir uns die Yuumi-Challenges an. Du hast es gehasst gestern. Ja, ich war nicht ganz so glücklich über Support. Aber wir haben die meisten Games noch Support. Wir haben 27 Games noch Support schon. Das hier ist Schmeili, ist das? Ja. Okay, voll Fokus jetzt, Leute. High-Challenges Games. Let's go. Jeder los ist minus 40 LP. Erstmal unser Revier markieren hier in der Mitte. Wiggle, 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 wiggle. Das ist der Aphelios. Ja, ja, das ist... Das hier ist Smiley, ist das. Das hier ist Zanzerat. Das ist ein High-Elo, eigentlich Karma, man. Schaut euch an, wie der schwebt, der Korki. Ja, das Midland-Matchup ist sehr rough im Early. Wer ist der Midlander hier? Den hatten wir auch schon ein paar Mal. Ich glaube, der war sehr aggressiv, leider. Es ist eine sehr schwere Lane, aber wir wollen nur farmen und überleben. Wir können nicht traden gegen Ori mit Korki. Nur farmen und überleben. Das ist okay. Q-Trade für 5 Gold von First Strike nehmen. Oh, aber die... Die hätte ich gebraucht. So ein bisschen 400 Gold müssen wir durchhalten. Sie wird sehr, sehr aggro spielen, uns die ganze Zeit poken, runterhalten, klein halten. Und wir werden erst wirklich was machen können, sobald wir Level 6 hätten. Und was ich mit machen meine, ist farmen. Wenn wir immer ein bisschen Live-Pool traden müssen, um... Oh, der hat keinen Face-Aus-Spot. Das ist ganz gut. Das war das Schlichteste, was ich machen konnte. Weil so musste der nicht mal flashen, unsere Marke. Also, er musste jetzt flashen, weil der Graves im Gewicht stand, aber trotzdem. Der Blubuff hat sie so verraten da. Das war so gut. Der Blubuff hat sie einfach zweimal gepuncht und gezeigt, wo sie ist. Blubuff. So, optimal verarbeiten wir uns jetzt einen Reset. Wir werden unser Movement abwechseln hier auf der Lane. Und das ab und zu defensiv gestalten, ab und zu aggressiv, um die Möglichkeit zu haben, ab und zu kleinere QW-Kombos zu dutschen. Weil an sich sollten wir das nicht dürfen. Wer das Feinden möchte, kann ja noch kommen. Das ist schon mal rein. Ja. Was ist das? Ja, wo ist Orsha? Es ist kein Marder mehr. Wir kriegen die Wave auf jeden Fall reingepusht. Tatsächlich können wir uns sogar über, also ich glaube wir porten direkt für Pressure, oder? Weil wenn wir die Wave jetzt gepusht kriegen, sie kann halt aktuell nichts gegen uns machen und muss resetten. Ich glaube ich porte direkt für Pressure, dann kann ich auch notfalls mit meinem Jungler unterscheiden. Ich glaube das ist gut. Ich glaube das ist sehr sehr gut. Das funktioniert. Ich glaube ich glaube ich bin wieder auf dieser Stelle. Ich glaube das ist nicht so schön, dass es wo geht. Im aber Zeit ist weiter runter. Fuck, wenn ich den einen Hit extra nicht gebraucht hätte, wäre das so gut gewesen. So ist es sehr, 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 sehr schlecht für mich, weil sie hat jetzt einen Blue-Buff und kann die Wave noch fixen. Wir hatten davor einen richtigen Stranglehold auf die Lane. Das ist sehr bitter. Wenn der eine Hit gereicht hätte davor, wäre es GG gewesen für die Lane. Dann hätte ich einfach rausflashen können, dann auch. It's bad. It's fucking bad. Okay. Okay. Was war? Er ist unter mir jetzt gerade. Wir können nach oben wegtauchen, wenn er kommt. Mission Caddy ist schon da. Damit habe ich nicht gerechnet. Ist V.O.V. passend? Ist das Wunder? V.O.V. passend. Cool. Das war unlucky. War gutes Timing von dem halt. Ja, das ist Wunder. Ey, sehr, sehr staktes Game. Nice. Weiger gespielt mit Buffs. Wir machen gerade die Challenger Games. Wir können Weiger gerne auf dem Midlane-Account super gerne spielen. Aber jetzt müssen wir erstmal hier ums nackte Überleben kämpfen mit Challenger. Jedes Game ist 40 LP Schwingens. Ich weiß nicht, ob ich die Platte nicht noch gekriegt habe. Aber ich muss traden. Wenn der über die Wand fläscht, vielleicht kommt er nie mehr weg. Hm, hm. Okay. Hm, hm, hm. Okay. Schauen wir mal, dass wir hier wieder losflitzen. Ja, Leute, er hat kein Package und ich kann mir gerade gar nichts kaufen. Ein Flash. Oh. Bumbo war cool, doch. Yes. Das ist jetzt natürlich sehr rip, weil die Ori kommt hier auch. Ich kann auch, oh, oh. 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 Wer, was? Er hat sich versmaltet, okay. Ich hätte nicht die Ori fighten sollen, sondern ich hätte mitkommen sollen auf den Olof. My bad, my bad. Das ist jetzt natürlich sehr scheiße, dass die einen Navelled hat, die Ori. Ich weiß nicht, ob das stimmt, die haben auch insane scaling, ne? Was ist denn? Oh. 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 Der Graves hat irgendwo hinter mir, ne? 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 Hier passt die Wolf, ich dachte die passt nicht. Das ist sehr, 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 sehr rough, da kommt ein Herald in Mitte, das heißt sie kriegt mindestens zwar Plättchen, sieht auch sehr frustrierend aus, das Matchup da oben, meine Güte. Schon gerade alle Lands gleichzeitig. Das ist sehr, sehr. Das ist sehr, sehr. Das ist sehr, 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 sehr. Was ist das Flashcore? Ich weiß nicht, ob das Flashcore war. Vielleicht hätte ich noch sidesteppen müssen. Fuck, hast nicht gesehen. Keine Vision da auf ihn. Da ist schon ordentlich Tempo in dem Game, muss ich sagen. Oh nice, das ist huge. Das ist wirklich huge. Oh ja, aber der Brawler-Store disengaged war auch keiner huge. Aber die Kled ist leider komplett nutzlos. Daran hatte ich nicht gedacht. Leider haben die Sonar scaling, das ist fucking disgusting. Ich glaube, wir haben schon verloren, pretty much. Weil der Champ so gut scaled. Oh, ist der Champ? Kein Flash, kein Ghost, keine Ult. Wenn wir nicht spawnen, habe ich Package Control. Okay. Ich habe gedacht, dass sie QW hat bei der Interaktion. Deswegen bin ich geflasht, ne? Das wäre ein wichtiger gewesen. Wenn ich über ihr QW drüber flashen kann, ist es worth. Wenn es nur QW ist, ist es nicht worth. Der Solo ist einer der gefährlichsten Hypercarriers im gesamten Spiel. Ja, leider. Oh, eigentlich fast. Ich bin da noch einen Schritt zurückgegangen. Wer hätte denn da Outplayed? Close, close, close. Ich bin sehr, 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 sehr stark, by the way. Also ich bin wirklich, wirklich strong. Ähm. Hop-Wave ist da. Mal den. Rauskehren, dass wir QW kriegen. Nice. Top schnell fixen. So, wir brauchen jetzt nur noch Infinity Edge, brauchen wir jetzt noch, nur Infinity und dann kann es hier beginnen, die gehen zu ihrem Herald, wir kriegen unten vielleicht den Olaf, mit allen zusammen tot Aber wie Tanki ist denn die, die hat jeden Spell getankt mit einer Million Move Speed und ist trotzdem nicht gestorben Was? Die hat euch schon jeden einzelnen Spell in den Mund genommen Krass ist die Tanki, ja Hmmmm Oh, Zachary Wir kriegen unten einen Turret vielleicht Ich weiß aber was ist hinter ihr, dass er sie ziemlich sicher tut, ja Expeke, too tanky, naja, also der Gag bei Expeke war ja damals, dass er jeden einzelnen Spell verfehlt hat Also ich habe ja letztendlich jeden einzelnen Spell getroffen, weißt du Das Game ist winnable, ich meine es ist sehr hart, aber es ist winnable Problem ist halt, also die müssen oben jetzt raus So, sie gehen rein Nice, was? Hau auf 5 Hau auf Zitzen In der 6 4 5 5 5 6 5 6 5 7 7 Ich hätte meinen E aufheben sollen, falls der kommt. Schön, schön, schön. Ich habe keine Ahnung, wie sie das gewonnen haben, aber sie haben. Okay, nice. Riesen-Comeback für uns. Riesen-Riesen-Riesen-Comeback. Jetzt ist die Frage, wollen wir Exit-Drake oder nicht? Das ist die große Frage hier. So. Ich meine, ich bin auch kurz davor, was bei Uber Eats zu bestellen, wenn das die Performance ist. Das muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich bin kurz davor. Könnten schon hinter uns sein, Nina. I've said too much. I haven't said enough. Oh, die kann man nicht flashen. Er hat was nicht. Liebe Zachary. Jawohl. Lauf, kleiner Kled. Kled, fang an zu laufen. Warum läufst du wieder nicht, Kled? Okay, Maokai Gaming. Da hat der 7-3 ADK nicht aufgepasst, ne? Wir brauchen jetzt noch ein Item und dann ist Good Damage. Aber mein Farm ist leider sehr, sehr low, weil hier sehr viel gefightet wird in dem Game. Er ist nicht gut für den Farm. Nicht genug Mao-Nerfs, das sieht legit fucking broken aus, was er macht, ne? Ja. Was ist denn ein Greedy Ball? Die Frage ist, welches Item will ich hier überhaupt? Will ich Rapid Feuerkanone haben, um die Backline zu hitten? Will ich BT, will ich Essence Reaver? Ja, auf jeden Fall Level 16 haben bald. Warum sagst du nach jedem Item, ich brauche noch ein Item? Ja, das Problem ist, also zu dem Zeitpunkt, wo ich sage, wäre das eine Item genug. Das Problem ist, dass die Gegner nicht aufhören, Items zu kaufen. Also brauche ich noch ein Item, weißt du? Das ist das ganze Problem. Weil die Gegner hören nicht auf, Items zu kaufen. Und Korki sieht so strong aus, finde ich. Ich finde, Korki sieht auch sehr stark aus, ja. Der Damage ist nasty mittlerweile, seit den Item Changes. Ich glaube, der ist richtig gut, ja. Aber noch spielt ihn keiner, also vielleicht wieder ein Trend, auf den man aufspringen kann. Ich muss hier einen Varus mal anschleichen können. Schau mal, schau einfach diesen Schaden, schau einfach diesen Schaden an. Ist das legal? Das war echt ganz was Schönes. Wuri oder EE besser? Also ich glaube, Infinity Edge ist besser, wenn du einen Autohit-lastigen Build spielst mit Korki. Es fühlt sich zumindest immer so an, als würde ich mehr Damage machen mit EE. Gel ». Super. So. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh! Ich glaub' ich geh einfach full burst mit Essenz into... mit The Sins into Rapid Fire. Dann können wir die Backline einfach one-hitten. So. Hier hat keinen Flash der Olaf. Package ist wie immer getimed. Guter Korki-Spieler. Dies, das. Jeden Dragon Package. Naja, ne? Bald Level 16, dann wäre ich Huge-Shirt noch kriegen würden von dem Drag. Weil ich nicht weiß, ob die den fighten. Ich meine, die haben aber auch keinen Grund, den zu fighten, hätte ich gesagt. Vielleicht sollten wir den auch gar nicht direkt machen. Sondern mehr für den Push spielen. Das ist unser Level 16. Hier kommt eine Wave. Oh, da ist ein Sombrero. Flips ist ausgelaufen. Hm, klar. Der T wäre halt auch gut gegen den Wurros-Pub die ganze Zeit, ne? Können wir weiter? Was ist das? Das ist alles, was wir machen. Everybody dies. Ich hab Schieber noch. Ich kann nicht halten. Haben sie gut gemacht, die Gegner. Wir haben Over-Extended für den Töt und dann eine Stunde. Diese Zeppelins kann man leider nicht porten. Was ist das hier? Ich kann die nächste auch noch pushen und wir haben dann die Rapid-Feuer-Kanone zusätzlich. Und dann können wir uns überlegen, ob wir unsere Boots noch verkaufen. Das können wir uns noch überlegen, ob wir Boots verkaufen wollen. Leider ist für den nächsten Dragonmind Package ein bisschen zu spät. Also sie stellt ein Wort, ne? Das ist eigentlich nicht gewartet. Okay. Lass uns mal hier über den Mittel flitzen. Oh no. Unser Damage ist jetzt zu dem Zeitpunkt nasty. Very nasty Damage. Aber wir können natürlich von allem gewohntet werden dafür. Also von allem. Haben wir hier die Worte? Können das ja überall wissen, oder? Ja. Ach 200 Gold heute, na? Wir müssen nichts machen gerade. Der nächste Fight wird sehr entscheidend. Wir müssen mal sauber spielen. Wir müssen mal sauber spielen. Da gehst du nicht, du bist der Panzer. Ne, aktuell bin ich nicht der Panzer. Der Panzer bist du nur, wenn du BT kaufst, bist du der Panzer. Ich glaube nicht gewesen dann. Wenn wir hingen wollen. Jo-hoo. Hier ein Drek, oder? Wenn wir mal Nash. Einer von uns könnten wir vielleicht auch schon oben pushen. Schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell, schnell. Oh, okay. Scheiße, ist der Olaf stark. Ich krieg den nicht tot, wenn ich nicht Void-Stuff gehe, den Olaf. Hockenhoff-Flash, das stimmt, die Shockwave muss ich flashen. Ich könnte Void gehen statt den Boots, theoretisch. Ich weiß nicht, ob das besser ist, hier Void zu gehen. Let's try, I guess. Let's try, I guess. Das ist ein neues Mikro, ich habe ein neues Mikro, also was heißt neu, das ist jetzt schon ein Monat oder so. Das ist unser Pot. Oh no. Ich bin halt so langsam jetzt. Ich weiß nicht, was ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich weiß nicht. Ich bin halt so schnell. Ich bin halt so schnell, was ich weiß nicht. Ich bin halt so schnell. Ich bin halt so schnell. Das ist ja ein fucking spannendes Game, ja? Goddamn! Ich bin so langsam, ich bin so langsam, ja? Crack, Crash, alles. Diesmal müssen wir den Drake wieder fighten. Doch kein Package? Ne, ich wollte das aufheben für die Objectives. Der obere Fight war nur ein Catch. Er ist nicht worth it, dafür das Package zu nehmen, Leute. Da ist nichts zu holen. Das Rebraced Package und das Package ist unglaublich wichtig für die Objectives gleich. Deswegen habe ich den Package gecancelt, dass ich das aufhebe. We're waiting so weit, wie wir euch raus pushen, damit die da nicht... hinten können. Jetzt haben wir das Package. Es geht für den Drake und es geht für einen Teil der Nash. Also für ganz knapp Nash. Die werden den Drake wahrscheinlich einfach droppen. Das heißt, mein Package ist vielleicht wasted, wenn sie vorsichtig sind, die Gegner. Jetzt sollte das Package, hat sie alle geklärt. Sollte Game sein. Das sollte GG sein. Ich hätte noch sofort über die Wand, ich war vom Smokescreen, ich habe die Uri nicht gesehen und die Sona Old. Ich hätte sofort über die Wand wehen müssen. Die können wir nicht enden, ne? Wir haben nur einen, wir haben nur einen Kind. Die müssen, müssen vor dem Minion stehen. Die können wir nicht enden. Au. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas für BT noch verkaufen soll. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Wir haben Triple Inner. Wir müssen jetzt nur sicher einen Nash bekommen. Die müssen den eigentlich jetzt gerade rushen, die Gegner. Aber die haben keinen Jungler. Also jetzt die Siewecker an den Top rauspushen. Wir sollten den Dings auch stehen lassen. Den Red Buff. DP End Angle? Ne. Keiner. Die müssen hier für Nash gehen, ansonsten haben sie verloren. Ja, jetzt müssen wir mehr für Nash gehen. Kannst du mal was? Ich bin verloren, ne? Das ist geil. Was? Hat mich der wirklich gewonnen, der Varusta? Mit einem Q, oder was? Hat 2000 damage gemacht. Ja, aber die Minions sind in der Base. Ich wollte enden da, ja. Weil der Fight war verloren. Direkt von Anfang an. Ich durfte jetzt nicht sterben hier. Ich spiele so gut die Sieweer. Ich spiele so gut. So am Smurfen, ne? Alter, ihr zwei. Die sind sogar beide von denen, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, die sind beide von Eintracht Spandau. Nicht Smiley, der Adi-Kill von denen. Ist das ein spannendes Game, ne? Erstmal zwei Full-Channel-Kuh. Really? Bisschen die Wave-Buffen? Das sollte Game sein. Das hab ich gleich schon mehrfach gesagt, dieses Game. Ja. 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 Das hab ich schon mehrfach gesagt, dieses Game. Komm. Let's go! Nice. Jetzt ist das Game. Let's go! Damn! Was ist ein Game! Was ist ein Game, ey? Oh, mein Herz, ey! Hm-hm. Hm-hm. Die Challenger-Games, ne? Die sind schon immer, äh, ein Struggle. Kann ich sagen. Die sind schon immer ein Struggle. Ich will sehen, was mich da am Ende gekehrt hat, weil ich hab nicht mehr auf mich geguckt, weil ich dachte, ey, ich bin fein. Aber ich krieg nur 21 LP. Das heißt, ich krieg minus 40, wenn ich verliere, ne? Das ist ein bisschen scary, muss ich sagen. Hm-hm. Da ist also klassischer minus 40, Engel. Wir müssen jetzt die Yumi-Changes, müssen wir uns noch anschauen. Warosku, ja, ich weiß, dass ich vom Warosku gestorben bin. Aber ich, also, ich, ich dachte, ich hab, ich wär, also, ich dachte, das könnte mir doch was töten. I'm gonna fight tonight. Can't nobody hold me down. I'm doing whatever now. Ain't got no time to fight. I'm talking way too loud. And if you don't like the sound, you could just tune it out. Who you rootin' for? They say whatever team better win. I say cool, cause it's gonna be whichever one I made. I like. I'm good. I'm good. I'll be Bobby and Joel.